Hallo meine lieben Freunde, recht herzlich willkommen zu einem weiteren Video zum Thema Trauma Media Book von Redrum. Aber vielleicht ist es jetzt das letzte Video. Ich muss allerdings gestehen, vor einigen Stunden wäre dieses Video noch anders da gedreht worden, als ihr es jetzt in den nächsten Minuten wahrscheinlich sehen werdet, denn da war ich noch ganz schön auf 180 und ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich habe mir das Video vom guten Michael gerade nochmal angeguckt und da ist es doch wieder langsam ein bisschen hochgekocht. Aber ich muss auch klar kommunizieren, auf Facebook hat er sich jetzt auf der Redrum-Seite etwas genauer geäußert. Er hat sich auch mehrmals entschuldigt in seiner Art und Weise für das Vorgefallene, für das Missverständnis zwischen 4K und Blu-Ray und deswegen ist das bei mir jetzt nicht mehr ganz so extrem, wie es noch vor ein paar Stunden gewesen wäre, denn dann hätte ich hier mal ganz schön losgelegt im Video. Aber kommen wir jetzt erst mal zu den Fakten, die jetzt hoffentlich und wahrscheinlich, es wurde so kommuniziert, auf Facebook auf dem Tisch liegen. Aktuelle Information zum Trauma-Media-Book von Michael höchstpersönlich. Sein Video übrigens verlinke ich in der Videobeschreibung nochmal, am Ende des Videos verlinke ich es auch nochmal. Könnt ihr gerade draufklicken und euch das Ganze nochmal angucken. Also die Information von Michael höchstpersönlich. Trauma erscheint in einer 4K Remastered Special Edition mit 4 Discs. In diesen 4 Media-Books, es wird 4 Cover geben, 3 sind bekannt, 1 ist noch ein Geheimnis. In diesen 4 verschiedenen Media-Book-Cover-Varianten werden 4 Discs drin sein, eine 4K Ultra HD, eine Blu-Ray, eine DVD und ein Soundtrack. Außerdem, und das hat ja jetzt auch was Positives, wird jetzt bei allen diesen Media-Books das Drehbuch dabei sein, das Storyboard dabei sein und wie gesagt eben schon der Soundtrack dabei sein, der bis dato ja nur für die Media-Book-Cover-Variante C, was glaube ich, gelistet war. Alles weitere könnt ihr auf der Red Room Seite selbst nachlesen. Ich habe das jetzt wahrscheinlich auch schon hier eingeblendet und damit ist diese Information jetzt erstmal abgehakt. Darauf wurde man jetzt festgenagelt sozusagen. Dazu wurde sich geäußert und das ist jetzt in Stein gemeißelt. Jetzt kommen wir aber mal zu weiteren Informationen, die der gute Michael auf Facebook dankbarerweise sehr vernünftig dann letztendlich jetzt doch kommuniziert hat. Zum einen hat er zugegeben, dass die ursprüngliche Planung, wie wir sie kritisiert haben in unseren Videos, auch so geplant war. Allerdings sieht er sich bzw. die Firma jetzt in eine Geldmacherei-Ecke geschoben und deswegen wollen sie jetzt das Gegenteil beweisen und deswegen gibt es jetzt bei allen Media-Books die gleichen Extras, sprich Drehbuch, Storyboard und Soundtrack, die ja vorher auf drei verschiedene Media-Books verteilt waren. Das Mystery-Media-Book bekommt immer noch Bonus-Material dazu, was bei den anderen drei Media-Books nicht dabei ist. Er hat sich dann auch zu der Urkunde und dem ganzen Drumherum geäußert, also der Garantie, dass es keine weitere Remastered-Edition geben wird. Er schreibt dazu folgendes auf Facebook. Die Rechte an diesen Media-Books liegen bei uns. Mit dieser Urkunde wollten wir den Sammlern die Sicherheit geben, dass es keine weitere Version geben wird. Das ist alles. Auch die Rechte der normalen Fassung liegen für einige Jahre bei uns. Letztendlich können wir nicht garantieren, dass in einigen Jahren jemand anderes der Rechteinhaber sein könnte. Aber diese Media-Books in dieser Form mit diesem Inhalt wird es nicht mehr geben. Dazu wisst ihr, dass nun also ebenfalls aus der eigenen Hand von Michael kommuniziert. Man möchte ja sagen aus dem Mund kommuniziert, aber das wurde ja im Video leider weggelassen. Also sie verpflichten sich praktisch von dieser neu angefertigten Version keinerlei weitere Version auf den Markt zu bringen. Aber wie ich mir schon gedacht habe, es kann sein, die Lizenz läuft irgendwann aus und dann kann neues Label eventuell mit Trauma machen, was sie wollen. Also es wird nicht die letzte Variante des Films Trauma sein. So und damit möchte ich jetzt kurz noch mal Bezug nehmen auf das Video vom guten Michael, Krieg der Media-Books. Wie gesagt, ich wollte das Video eigentlich erst zerpflücken. Mittlerweile möchte ich es aber gern bei ein paar wenigen kleinen Kritikpunkten belassen, da er sich meiner Meinung nach mit diesem Video schon selbst mehr geschadet hat, als wir es je gemacht haben oder machen wollten. Er sieht das ja leider als einen persönlichen Angriff scheinbar auf sich oder auf Redrum. Es gab auch Facebook-Kommentarschreiber, die schon wieder geschrieben haben, immer nur auf die kleinen Labels. Bei den großen Labels traut sich keiner. Auf welche Labels sollen wir denn gehen? Ich kann nur für mich sprechen. Ich kritisiere alles von allen Labels, was mir nicht passt. Wer der Meinung ist, es ist geschäftsschädigend oder man macht Aussagen, die nicht stimmen, kann gerne den Rechtsbeistand hier vorbeischicken bzw. ein Schreiben aufsetzen lassen, weil da gab es ja in den Kommentaren auch den einen oder anderen. Ich hoffe, ihr wehrt euch rechtlich dagegen. Gegen was soll man sich rechtlich wehren? Wir haben Videos gemacht aufgrund von Fakten, die schwarz auf weiß Vorlagen. Ja, wir haben keine wilden Vermutungen angestellt, wir haben keine falschen Behauptungen aufgestellt. Wir haben uns aufgrund der Informationen auf der Redrum-Webseite und Facebook-Seite das Videothema so ausgesucht und so hochgeladen, wie wir es gemacht haben. Da kann der Rechtsbeistand machen, was er will. Es war nicht unsere Schuld und der gute Michael hat ja auch schon zugegeben, dass es ein Kommunikationsfehler war bzw. dass er die Schuld auf sich nimmt. Das ist auch vollkommen legitim und finde ich auch einen feinen Zug. Allerdings, das Video, was er hochgeladen hat, wie gesagt, das ist persönlich nicht wirklich mein Niveau. Da sind Ausdrücke gefallen, die benutze ich schon unter Kollegen jetzt nicht wirklich irgendwie mal oder nehme sowas in den Mund, geschweige denn, dass ich mich als Geschäftsinhaber nehme ich doch mal an. Er steht in Impressum als Geschäftsinhaber in einem YouTube-Video hinstelle und das halt so von mir gebe. Man kann es auch halt schon in den Kommentaren unter dem Video lesen. Die Reaktion darauf ist eher negativ, also es wird nicht gerade als seriös empfunden, wenn man sich so gibt. Auch auf berechtigte Kritik, meiner Meinung nach immer noch berechtigte Kritik hinzuweisen, was für Schufte wir sind und was für einen Quatsch wir da erzählen würden, das stimmt ja so alles gar nicht. Die Videos sind noch online, überzeugt euch selber, wenn ihr es nicht schon gemacht habt. Natürlich fühlt man sich angegriffen, das verstehe ich immer voll und ganz, egal um was es geht. Man fühlt sich natürlich angegriffen. Man zeigt doch aber jetzt letztendlich auch mit der natürlich positiven Reaktion, dass etwas falsch gemacht wurde. Denn warum bietet man denn jetzt das Gesamtpaket zum Beispiel an mit dem kompletten Bonusmaterial, was vorher aufgeteilt war? Wenn man nicht der Meinung ist, man wollte versuchen, ein bisschen extra Kode zu scheffeln, dann hätte man es ja auch direkt alles zusammen anbieten können. Das ist jetzt meine Meinung zu dem Thema. Zum Thema Differenzen bzw. Verwechslung bei der Auflösung. Das ist natürlich jetzt auch seine Aussage, die man jetzt so hinnehmen muss, dass es ein Fehler war. Das kann gut gewesen sein. Es kann aber auch genauso gut gewesen sein, dass jetzt das alles erst passiert aufgrund der Videos. Das ist jetzt, wie gesagt, seine Aussage, die ist jetzt Fakt, die er macht. Alles andere müssen wir uns alle selbst denken, wie es vielleicht wirklich war oder auch nicht. Fakt ist, wenn man ein Mediabook rausbringt oder wenn man jetzt sich hier in dem Filmbereich aufhält, ich verstehe es auch nicht dauernd, warum man Blu-Ray FHD immer noch schreibt. Es ist eine Blu-Ray. So eine Standard Blu-Ray hat 1080p, natives Full HD. 1920x1080, das ist natives Full HD. Das wurde in den Kommentaren auch erwähnt. Wie gesagt, es wurde oft FHD, FHD geschrieben. Es wurde auch natives FHD geschrieben. Es hat halt nichts mit 4K Ultra HD zu tun. Auch ist 4K Remastered keine Garantie oder kein Hinweis darauf, dass eine 4K Ultra HD in einem Produkt ist. Wie viele Blu-Rays gibt es auf dem Markt, die 4K Remastered sind, weil sie halt das 2K Bild vom 4K Bildmaster runtergezogen haben oder auf 2K runtergezogen haben. Ihr wisst schon, was ich meine. Und das war die ursprüngliche Verwirrung plus, dass auf der Webseite bei jedem Media Book nur Blu-Ray und DVD stand. Da stand nichts von 4K UHD. Das war die Verwirrung. Es war nicht die Verwirrung FHD, FHD. Es wurde ja auch klar nach 4K Disc gefragt und es wurde immer nur mit FHD, FHD geantwortet. Warum hat man nicht einfach geschrieben, ja, es ist eine 4K UHD in dem Set dabei oder nein, es ist nur die Blu-Ray. Darum ging es doch eigentlich nur. Darum ging es doch eigentlich nur. Um die verwirrenden Antworten auf Facebook, ob die jetzt zu früh kamen, zu spät kamen, sei mal davon abgesehen. Auf der Webseite stand Blu-Ray DVD. Es ging darum, dass man 4 verschiedene Media Books angeboten hat, alle mit 4 verschiedenen Extras, so dass ein wirklicher Trauma-Fan hätte alle 4 Media Books kaufen müssen für die kompletten Extras. Es ging um die Urkunde. Was garantiert mir die Urkunde? Das hat er jetzt auch aufgeklärt. Daran muss man sich jetzt auch messen lassen. Und es ging natürlich auch um den Preis. Na, das hatte ich ja heute Morgen in meinem kleinen kurzen Video heute Morgen. Das hätte ich mir eigentlich auch sparen können, aber es musste einfach ganz schnell noch raus. Ich wusste, ich muss jetzt bald auf die Arbeit. Dann musst du 10 Stunden lang diesen Ärger in dir rumtragen. Da musste ich gerade noch ein paar Worte dazu sagen. Da habe ich es ja eingeblendet. Ich hatte in meinem ursprünglichen Video schon gesagt, der Preis von 50 Euro für ein 4K UHD Media Book mit einer Limitierung ist leider im normalen Bereich, muss man sagen. Mittlerweile ist es ein 4K Disc Set geworden für 49,99. Wenn ihr jetzt bestellt, das Ding wird dann teurer, ist ein guter Preis dann für das Set. Wenn das Gesamtpaket passt, ist es ein guter Preis. Viele kritisieren noch die Cover-Auswahl. Da muss ich auch sagen, okay, in der Vergangenheit, ich glaube, es war ein anderes Label, da waren die Cover-Motive noch besser. Na, aber was soll man machen? Es hieß dann auch, es kommt auf den Inhalt an. Naja, bei so einer Sammler-Edition kommt es halt auch schon auf die Verpackung an und deswegen kaufen die Leute das ja meistens. Aber wir waren beim Preis. Daran hat sich jetzt leider nichts geändert an der Strategie. Also ihr habt noch ein bisschen Zeit für 49,99 zu bestellen, dann kostet es einen Monat lang 54,99 und dann 59,99. Es hat ja auch im Video gesagt, wer jetzt bestellt, bekommt es zum guten Preis. Danach ist es dann halt teurer. Aber da fragt man sich dann auch, warum wird es danach teurer? Im Video wird als Rabatt, ein Vorbesteller-Rabatt hingestellt. Das könnte man jetzt so sagen. Dann muss man halt auch davon ausgehen, dass der Ursprungspreis dann 59,99 ist für das Media Book. Ja, da muss man jetzt halt mit leben. Muss man sich die Frage stellen, warum kann man es nicht für alle dauerhaft für 49,99 anbieten. Aber wie gesagt, wer es jetzt unbedingt haben will, jetzt wo alle Fakten auf dem Tisch liegen, der bestellt dann halt jetzt. Aber wir kommen dann noch zur Synchronisation, denn das Wichtigste ist ja natürlich, die als sehr professionelle, hochwertige, synchro beworbene Neuverfassung eben dieser Synchro. Da soll es auch einen Trailer dann irgendwann geben mit einer Hörprobe. Da würde ich sagen, hätte man vielleicht auch schon mal so ein bisschen ankündigen können, wer da jetzt so mitmacht bei den Synchronsprechern. Denn ich persönlich habe ein Problem damit, wenn die Labels ihre eigenen Produkte so vorher schon in den Himmel loben. Professionelle, hochwertige, Synchro, Premium-Produkt, Top-Edition. Es muss geliefert werden. Mir werden diese Aussagen in den letzten Monaten zu oft gebracht von zu vielen Labels und im Endeffekt bekommen wir doch nur Einheitsbrei. Mit Einheitsbrei meine ich das jetzt nicht wirklich abwertend, aber es gibt so, es gibt eine Linie und auf der Linie befinden sich die meisten Mediabook-Veröffentlichungen. Ein paar wenige sacken ab, ein paar wenige kommen ein bisschen über die Linie, aber was fehlt, ist einfach eine, etwas Neues auf dem Mediabook-Markt. Irgendwas Neues, was es noch nicht so gab oder noch nicht so oft gab. Wie gesagt, im Endeffekt, jeder lobt sein Produkt ohne Ende. Viele Labels kommen auch gar nicht mit Kritik klar. War auch gerade noch ein Thema, das wir gerade hatten in den Kommentaren. Viele Labels kommen nicht mit Kritik klar. Machst du kostenlos Werbung für die Labels? Zeigst die Produkte? Lobst die Produkte? Da meldet sich kein Label, fast kein Label. Ich will es dir nicht immer verallgemeinern. Sagen wir einfach, fast kein Label meldet sich da. Aber wehe, du hast dann mal irgendwie nach, was weiß ich, wie viele Produkte und Produkte und du sagst, hier, das gefällt dir aus dem und dem Grund nicht. Dann kriegst du gerade Privatnachrichten oder YouTube-Kommentare und du hast ja keine Ahnung. Letztendlich sind sie alle auf einem Level. Es gibt niemanden, der sich mal was traut, auf den Markt zu bringen, was wirklich boah ist, der Hammer ist, mega ist. Aber wir kommen nochmal, ich bin total weggekommen von der Synchro, es tut mir leid. Die Synchronisation, was ich mich jetzt frage, ich finde es sehr positiv. Man hat jetzt schon von mehreren Seiten gehört, dass die alte Synchronisation sehr schlecht sein soll, obwohl ich habe auch von Menschen gehört, die sagen, es wäre in Ordnung. Keine Ahnung. Warum investiert man jetzt in eine laut eigener Aussagen sehr teure Neusynchronisation für eine Edition, für eine Auflage von, sagen wir mal, 4000 Stück? Wir haben drei Mediabooks mit je tausender Auflage und das vierte ist die Auflage noch unbekannt. Vielleicht wird das nach Bestellung produziert, keine Ahnung. Kennt sich jemand aus? Ich kenne mich nicht aus. Was kostet eine professionelle, hochwertige Synchronisation für einen Film? Was kostet das? Haut es in die Kommentare, vielleicht kann sich Retro auch selber dazu äußern. Und was kostet sowas? Das interessiert mich für so eine Mini-Auflage von, sagen wir einfach mal, 4000 Stück dann eine scheinbar so hohe Summe zu investieren, dass man halt auch diesen Preis ohne Rabatt von 59,99 für ein 4K, 4-Disc-Media-Book nehmen muss scheinbar. So, und jetzt haben wir das doch hoffentlich mal alles geklärt. Nicht immer gleich so angepisst sein, vielleicht dann dafür sorgen, dass die Informationen direkt passen, die man veröffentlicht. Nein, wir werden sicherlich nicht die Labels direkt mal anschreiben und fragen. Und der Grund ist auch ganz einfach, weil meistens kriegt man keine Antwort. Oder es dauert ewig, bis die Antworten kommen. Selbst bei Facebook gibt es jetzt noch Kommentare, beziehungsweise Fragen in den Kommentaren, die immer noch nicht beantwortet wurden von dem einen oder anderen. Und warum soll man sich per E-Mail an den Support melden? Schreibt man dir da selber, Michael? Ich weiß es nicht. Ich habe nur so eine Vermutung. Warum soll man sich an Support wenden mit seinen Fragen, wenn die Fakten doch schwarz auf weiß da stehen? Auf mehreren Seiten auf der Webseite oder auf Facebook und was weiß ich wo. Das ist ein bisschen unlogisch. Immerhin wurde ja auch direkt ein Antwort-Video auf YouTube hochgeladen, anstatt die Leute anzuschreiben. Aber wie gesagt, von mir aus, von meiner Seite aus ist jetzt alles cool. Ich denke, die Sachen wurden jetzt geklärt. Da das Ganze auf Facebook relativ vernünftig kommuniziert wurde, habe ich damit jetzt auch weiter kein Problem. Für mich steht halt immer nur die Frage noch oben so im Raum, warum nicht gleich so? Dann hätte das viel, viel Kritik erspart. Und ich habe es auch schon geschrieben. Wir alle müssen mit Kritik leben. Ich muss mich auch beleidigen lassen in den Kommentaren und sonst was, weil ich dieses Thema angesprochen habe. Ihr von Redrom hört auch nicht gerade nur nette Sachen. Und dementsprechend würde ich sagen, war es das von mir zu diesem Thema. Und wir sehen uns dann alle, hoffentlich bei einem meiner nächsten Videos. Macht's gut. Ciao, ciao.